In diesem Quick-Tipp möchte ich dir zeigen, wie du eine Streckensymmetrale konstruieren kannst. Du siehst hier eine Strecke AB, begrenzt von den Punkten A und B. Von dieser Strecke wollen wir nun die Streckensymmetrale konstruieren und so den Mittelpunkt herausfinden. Als erstes benötigst du deinen Zirkel. Mit dem Zirkel stichst du dann im ersten Punkt, in diesem Fall im Punkt A ein und nimmst eine Strecke etwas länger als die Hälfte der Strecke in den Zirkel. Dann schlägst du einen großen Zirkelbogen ab. Danach lässt du den Radius exakt gleich, stichst in den Punkt B ein und machst wieder einen Zirkelbogen. Wie du siehst, schneiden sich nun diese zwei Zirkelbögen in zwei Punkten. Nun nimmst du dein Geodreieck, und legst das Geodreieck so an, dass es exakt durch die zwei Punkte läuft. Wenn du bei meinem Geodreieck hier die 90-Grad-Linie beobachtest, liegt die 90-Grad-Linie deckungsgleich mit der Strecke. Das bedeutet, unsere Streckensymmetrale steht wieder normal auf unserer Strecke. Nun musst du nur noch diese Streckensymmetrale durchziehen und schon hast du eine Streckensymmetrale konstruiert. Am Schluss bitte die Streckensymmetrale noch beschriften, in diesem Fall mit MAB und den Mittelpunkt unserer Strecke beschriftest du noch mit M. Manchmal werden Symmetralen auch strichpunktiert gezeichnet, so wie du hier siehst. Wie du das in deiner Konstruktion ausführen sollst, wird dir deine Lehrerin oder dein Lehrer sicherlich sagen.